So, Graboscop Video Volume 2. Wir haben ein bisschen verpennt, aber wir sind immer noch am Leben. Vorhin habt ihr uns beim Aufbau gesehen und jetzt sind wir hier im LKW. Es ist Ortszeit Viertel vor Acht und wir sind immer noch fit und sind mitten am Funken. So, Moment, der Sebastian hat ja, die sind noch gerade am Video drehen und der hat mir leider jetzt mal das Gerät leise gestellt und ich höre da momentan gar nichts. Okay, das Ding ist leider so lauter. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, stellt euch nochmal vor, ich glaube, wir hatten uns doch noch gar nicht, oder? Ach so, ja, dann grüße ich nochmal vom Dirk, 13 Delta Sera 01, der Gerd, die 13 Golf Romeo 06 und der Sebastian, der 13 SV 001, dann ist noch die Sarah, der Olli, der Tabak und ja, wir sind noch am Erbeskopf, am LKW und ja. Ja, ja, doch, wir hatten uns vorhin schon mal gesprochen, genau. Ja, da war der Anlass von mir irgendwie ein bisschen stärker, aber... Ja, da hatten wir einen riesen Brenner dran. Ja, da haben wir das andere Funkgerät noch dran gehabt. Ja, wir sollen noch ein bisschen Strom sparen für die Nacht. Das ist sicher kein Fehler. Was soll ich fehlen? Ich hätte so einen kleinen Freund. Ja, da war ich gerade auf 1,70 und einen schönen Abend. Alles klar, tschüss. So, jetzt schauen wir mal drauf. Die wird noch parallel mitgefilmt. Hier für den Südfahrtswald in der KH14 in Florian. Ja, kurze Verbindung zum Südschwarzwald und macht's gut. Nordschwarzwald. Ja. So, hier ist unsere Karte und diese Verbindung hat noch ein bisschen aufgebaut. Ein bisschen Licht, bitte. Sieht doch schon mal schön aus hier. So, und wir melden uns dann später, zur späteren Stunde wieder. Ich sage bis dahin, Prost, 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 nun denn, nun denn, zum Wohl sein. Zum Wohl. Zum Wohl, der Name liegt die Rufen. Mutter statt Hannisch. Freude und. Vielen Dank.